Wieso möchten Sie denn gern Polizist werden? Das ist wohl jetzt die große Frage. Ich habe einen Traum. Fast jede Nacht. Er fängt auf einem Spielplatz an. Lauter Kinder, sie schaukeln und lachen. Da bellen Hunde und Schmetterlinge flattern mit ihren kleinen Flügeln. Und dann hört man ein Donner grollen. Und am Horizont steigt eine schwarze Wolke auf. Und sie besteht aus Krebs und Alter. Und sie fegt über den Spielplatz hinweg. Alle fangen an zu schreien und zerkratzen sich die Augen und raufen sich die Haare und rufen Hilfe! Was sollen wir tun? Und wissen Sie, was dann passiert? Ich trete hervor. Und ich schwinge die mächtigste verdammte Schrotflinte, die Sie jemals gesehen haben. Und wissen Sie, was ich damit tue? Ich puste den ganzen Mist einfach weg. Und ich erledige Gottes Werk. Und wenn alles vorbei ist und der Staub sich legt, versammelt sich die ganze Welt zu meinen Füßen. Und Sie sagen Danke, Ronnie. Danke für deine Hilfe. Du bist ein großer Mann und hast viel für uns getan. Und wissen Sie, was ich sage? Ihr braucht euch nicht zu bedanken. Ich bin nur ein Typ mit einer Waffe. Ich bin nur ein Kopf. Okay. Das dürfte reichen. Danke, dass Sie gekommen sind, Mr. Barnhart. Ich glaube, Sie meinen Officer Barnhart. Bis zum nächsten Mal.